Die spinnen. Irgendwo. Da sind sie. Oh no. Er hat widerstanden. Nooo. Es ist vorbei. Das war's, Leute. Hauptmann ADNA hat uns leider entfernen. Ich hab versucht, ihn noch zu freezen mit dem Schlummersand. Ich hab versucht, ihn zu freezen mit dem Schlummersand. Leider hat es widerstanden. Und der Booster Mage aus dem Kloster hat uns getötet. Ich hab versucht, ihn noch zu freezen mit dem Sand. Ich hab leider den Sand. Er ist leider widerstanden. Hätte ich nämlich den Sand getroffen, hätte ich Sand gemacht mit Ruhestein. Ich hab keinen Ruhestein. Na gut. Das war's. Der gute ADNA hat uns hat uns befreit. Das war's gewesen. Er hat uns befreit, der ADNA. Der Hauptmann. Aber ist ja auch ein Hauptmann. Ein Hauptmann muss die Horde auf jeden Fall töten. So, das war die Hardcore Challenge mit dem Ding. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.